Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Präteritum im Deutschen genauer an. Übrigens wird diese Zeit manchmal auch Imperfekt genannt. Hierfür sehen wir uns zunächst an, wozu dieser verwendet wird. Anschließend sehen wir uns die Bildung genauer an und verdeutlichen diese wiederum an ein paar Beispielen. Und zu guter Letzt fasse ich dir noch einmal das zusammen, was du unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben solltest. Doch wozu wird denn nun das Präteritum im Deutschen verwendet? Es wird dazu verwendet, um eine Handlung zu beschreiben, welche in der Vergangenheit liegt und bereits abgeschlossen ist, so dass diese Zeit meist in Geschichten, Märchen oder Erzählungen verwendet wird. Ein Beispielsatz dafür ist, wir lernten letzte Woche Deutsch. Wo wir nun wissen, wozu diese Zeit verwendet wird, sehen wir uns nun die Bildung genauer an. Diese ist an sich sehr einfach, denn an den Infinitivstamm werden einfach nur folgende Endungen angehängt. Hierbei lauten die Endungen t, test, t, ten, ted, ten. Sehen wir uns dies noch einmal in einem Beispiel an dem Wort lernen genauer an. Lernen. Hierbei lautet der Infinitivstamm Lernen. Ich lernte, du lerntest, er, sie, es lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Jedoch gibt es zahlreiche unregelmäßige Verben, bei denen sich der Infinitivstamm beim Konjugieren verändert. So zum Beispiel bei Laufen. Ich lief, du liefst, er, sie, es lief, wir liefen, ihr lieft und sie liefen. Wie du siehst, wird aus dem AU ein IE. Des weiteren änderten sich auch die Endungen und in der ersten und dritten Person Singular fiel sogar die Endung komplett weg. Doch was solltest du nun unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben? Und zwar, dass das Präteritum im Deutschen dazu verwendet wird, um eine Handlung zu beschreiben, welche in der Vergangenheit liegt und bereits komplett abgeschlossen ist. Gebildet wird diese Zeit mittels dem Infinitivstamm plus der folgenden Endungen. Das ist alles. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank. Vielen Dank.